Moin Leute, mein Name ist Johnny Aka zu Delayt und heute zeige ich euch 7 hilfreiche Tipps und Tricks, die auch mir den Einstieg in Northgard erleichtert haben. In Northgard ist es extrem wichtig, die Stärken und Schwächen der einzelnen Clans zu kennen. Deswegen investiert ruhig etwas Zeit und schaut euch die einzelnen Clans im Detail an. In der Übersicht seht ihr dann die einzelnen Boni des Clans und diesen unterteilt in den Startbonus, den Ruhnbonus, das Relikt und die clanspezifischen Eigenschaften. Wenn man sich dann für einen Clan entschieden hat, versucht man diesen Boni so gut wie möglich zu spielen und zu nutzen. Dabei spielt sich jeder Clan komplett anders und hier die Stärken und Schwächen zu kennen, entscheidet letztendlich über Sieg oder Niederlage. Eine Übersicht aller Clans inklusive Ranking und Bewertung findet ihr oben rechts in der Ecke, aber wenn du neu in Northgard bist, würde ich erstmal den Bärenclan empfehlen. Der hilft dir nämlich dabei, gut über den Winter zu kommen und das ist am Anfang am schwierigsten. Wenn man sich jetzt erfolgreich für einen Clan entschieden hat und das Spiel startet, kann man auch schon anfangen seine Base zu bauen. Dabei ist es nicht einfach zu sagen, was die optimale Build Order ist, weil die Maps von Northgard dynamisch aufgebaut sind und sich mit jedem Spiel verändern. Also du spielst nicht zweimal dieselbe Map. Deshalb ist es wichtig, seine Build Order immer anzupassen. Denn am Anfang möchte man nur eins, den Winter überleben. Und dafür an Holz und Nahrung. Deshalb ist es wichtig, früh auf diese Ressourcen zu gehen und die passenden Gebiete zu erkunden. Deshalb macht es Sinn, am Anfang auf jeden Fall Speer zu bauen. Dazu gleich mehr. Ich werde euch gleich vier beispielhafte Build Orders zeigen. Und dabei merkt man, dass die Speer in jedem Build Order vertreten sind. Die erste Variante wäre, dass man eine Speerhütte baut und ein Haus. Damit kann man dann früh die Gebiete erkunden und man hat ein Haus, um die Bevölkerung weiter wachsen zu lassen. Damit hat man den Vorteil, dass man sehr flexibel ist und seine Gebäude den späteren Gebieten, die jetzt noch kommen, anpassen kann. Und beispielsweise seine Holzfällerhütte in einen Wald stellen kann, wo die Produktion von Holz erhöht ist. Die zweite Variante wäre, Speerhütte zu bauen und dazu eine Holzfällerhütte. Da muss man aber darauf achten, dass man spätestens im nächsten Gebiet ein Haus baut. Die dritte Variante wäre, ganz einfach, man baut alle drei Gebäude im Startgebiet. Damit haben wir zwar fast alle Ressourcen, die wir am Anfang brauchen, aber auch zwei Gebäude, und zwar das Haus und die Clanhütte, derselben Art in einem Gebiet. Und das möchte man eigentlich vermeiden. Die letzte Möglichkeit wäre auch, nur eine Speerhütte zu bauen, um sich anschließend so flexibel wie möglich auszubreiten. Zusammengefasst können wir also fast alles bauen, was wir wollen, müssen uns aber der Map anpassen und in Gegebenheiten fügen, um einen klasse Start hinzulegen. Kommen wir zum Thema Nummer 3, den Speern und dem Ausbreiten. Wie in jedem Echtzeitstrategiespiel ist auch in Northgard Wisten gleich Macht. Und dabei sind die Speer Dreh- und Angelpunkt, denn ohne sie kannst du die Karte nicht weiter erkunden, dein Königreich nicht vergrößern und überlebst vermutlich nicht den ersten Winter. Sobald du deine ersten Speer ausbildest, laufen sie automatisch zum nächsten Gebiet und erkunden das. Wenn du aber beide Speer auswählst und sie auf ein Gebiet schickst, erkunden sie das gleichzeitig zusammen und erkunden es auch schneller. Das kannst du nutzen, um zum Beispiel dein Early-Game zu boosten und schneller, früher wie der Gegner, neue Gebiete zu erkunden. Dabei kann dir manchmal der Rand des nächsten Gebiets schon so ein bisschen verraten, was sich da drin verstecken könnte. Sei es ein Wald, sei es eine Nahrungsquelle oder ein gefährliches Gebiet. Darüber hinaus macht es nicht immer Sinn, über das ganze Spiel zwei Speer automatisch erkunden zu lassen. Denn auf der einen Seite kannst du Ruinen und so erkunden lassen, wodurch du massig Ressourcen bekommst. Oder du kannst deinen zweiten Speer einfach wieder in einen Arbeiterzug umwandeln und ihn dann effektiver benutzen. Da haben wir schon ziemlich viel über Arbeiter, Speer und so weiter gesprochen. Aber eine Sache dürfen wir dabei nicht vergessen. In Northgard haben wir eine feste Anzahl an Clanmitgliedern, die wir so gut wie es geht einsetzen müssen. Wir müssen uns also überlegen, wollen wir aus unseren Arbeitern Jäger oder Holzfäller machen und so weiter. Wichtig hierbei ist es aber, dass die Arbeiter sich spezialisieren und anschließend nur noch dieser Tätigkeit nachgehen können. Aber keine Sorge, wenn man sich hierbei vertut, kann man die Arbeiter nehmen, sie zu einem Haus oder zu der Clanhütte schicken und sie wieder zurück verwandeln in normale Arbeiter. Deshalb macht es auch Sinn, die Häuser gut in seinem Gebiet zu verteilen. Übrigens, die normalen Arbeiter oder auch Dorfbewohner produzieren passiv Nahrung, wenn sie nichts zu tun haben. Arbeiter werden auch nur produziert, wenn man genug Häuser hat und sie werden schneller produziert, wenn die Zufriedenheit oben ist. Darüber hinaus können wir unten rechts sehen, was wir alles an Arbeitern haben, wie sie spezialisiert sind und sie auch auswählen. Dabei wählt man mit Linksklick einen Arbeiter aus bzw. springt immer zum nächsten. Und mit Rechtsklick wählt man alle Arbeiter aus und kann danach mit Rechtsklick auf einem Gebäude die Arbeiter automatisch auswählen, die am nächsten dran sind und sie dort hinschicken und arbeiten lassen. Hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Kurzfassung ist, Rechtsklick Arbeiter auswählen und auf ein Gebäude zu weisen. Danach wird automatisch die Truppe genommen, die am nächsten dran ist und übt diese Aufgabe aus. Und was wäre ein Echtzeitstrategiespiel ohne Hotkeys? Die wichtigsten Hotkeys im Northgard sind B, wo du die Gebäude angucken kannst und bauen kannst, E, wo du alle Truppen ausführen kannst und I, wo du die Informationen der einzelnen Gebiete dir anzeigen lassen kannst und sehen kannst, was es in dem Gebiet gibt und ob du alles maximal gut ausschaffst. Darüber hinaus, wenn du richtig krasse Plays machen willst und so weiter und so fort, kannst du in den Einstellungen noch weitere Hotkeys angucken und verlegen, aber das waren eben also die wichtigsten. Nachdem wir uns angeschaut haben, wie man am besten scoutet, Ressourcen bekommt und seine Arbeiter verwaltet, schauen wir uns das nächste wichtige Thema an und zwar Money. Okay, genau. Wie bekommen wir Kronen? Dein erstes Gebäude wird hierbei höchstwahrscheinlich das Langschiff-Doc sein, was natürlich auch Sinn macht, denn es gibt hier nicht nur Passivkronen, es gibt hier nämlich außerdem noch Geschichte, womit du deine Wissenschaft antreiben kannst und Sachen erforschen kannst oder Ruhm, je nachdem was du auswählst. Im weiteren Spielverlauf möchtest du da noch einen Händler bauen und einen Markt. Der Händler ermöglicht es dir mit NPCs oder auch mit echten Gegnern zu handeln und Handelswege aufzubauen, wodurch sich die Diplomatie verbessern kann und im Markt kannst du Sachen kaufen. Die beiden Gebäude produzieren dir auch passiv Kronen und es macht durchaus Sinn, sie in dasselbe Feld zu platzieren, in dasselbe Gebiet, denn wenn man sie upgradet, verbessern sich die Händler und in beiden Gebäuden sind Händler drin, sodass sie sich gegenseitig buffen. Und danach kannst du es Kronen regnen lassen. Jetzt müsstest du eigentlich alles haben, um dich für das Late Game zu wappnen, und zwar indem du deine Gebäude und auch Werkzeuge bzw. Arbeiter upgradest. Und das Upgraden ist durchaus sehr sehr wichtig, denn ich hatte am Anfang das Problem, dass ich mir dachte, hä, wie soll ich denn jetzt noch mehr Nahrung produzieren, ich habe hier keine Gebiete mehr. Und das Einzige, was mir noch gefehlt hat, war, dass ich meine Nahrungsgebäude upgrade, indem ich hier auf Aufwerten klicke und danach einen Arbeiter weiterhin zuschicke und das Gebäude auch noch mehr Nahrung produziert. Um Werkzeuge, Arbeiter und auch Krieger zu verbessern, brauchst du eine Schmiede, dort fügst du deinen Arbeiter hinzu, um Schmied zu machen, und anschließend wählst du die einzelnen Arbeiter aus, die du upgraden möchtest, wodurch sich auch die Produktion jeweils erhöht. Und abschließend steht nur noch die Frage im Weg, wie gewinne ich das Spiel. Und zwar musst du nicht einfach wie ein Wikinger stumpf über die Gegner drüber rennen, es gibt auch andere Wege. Du kannst dir nämlich oben links anschauen, wie du das Spiel gewinnen kannst und wie du den einzelnen Bereichen abschneidest. Und zwar kannst du neben der Vorherrschaft auch über Ruhm, Handel, Weisheit oder Odins Schwert gewinnen. Wenn du dir dann oben links die Siegbedingungen anschaust und zum Beispiel siehst, dass du im Ruhm sehr weit vorne liegst, kannst du dich darauf fokussieren und so das Spiel im besten Fall auch noch gewinnen. Hierbei spielt es auch wieder eine Rolle, welchen Klan man am Anfang genommen hat, denn nicht jeder Klan kann mit jeder Bedingung gewinnen. Mehr dazu solltet ihr jetzt auch oben rechts in der Ecke sehen, wenn ihr auf die Playlist, wie gewinne ich den Northgard, anklickt. Das waren auch schon die sieben Tipps und Tricks, die einem bei Northgard helfen können. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen und schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr die Tipps oder Tricks fandet. Kanntet ihr die schon oder habt ihr was dazugelernt? Abschließend bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video... ...